hey skatfreunde es ist schon wieder freitag es ist wieder dieser tag und wie üblich habe ich inzwischen genau zwei themen über die ich mit euch sprechen möchte natürlich möchte ich ein wenig über mein neuestes baby die skatfreunde app berichten und im anschluss habe ich wie üblich eine partie zur analyse mitgebracht und diese analyse wird heute noch ein wenig intensiver und entsprechend auch länger ausfallen als ihr das ohnehin von mir gewohnt seid warum das so ist verrate ich dann im anschluss und ich gebe euch an der stelle schon den profi tipp von meiner susi mit auf den weg wenn euch das sonst zu lang ist dann erhöht doch gerne mal die video geschwindigkeit aus 1,25 fache oder für die ganz verwegen sogar aus 1,5 fache dann kommt ihr schneller durch und habt darüber hinaus vielleicht auch ansonsten noch den ein oder anderen lustigen aha moment also probiert das gerne mal aus ob das für euch passt schreibt mir in die kommentare ob ihr da euren spaß mit hat und dann ab dafür so was gibt's neues bei den skatfreunden also ich kann nicht anders starten als erneut meiner riesigen begeisterung darüber ausdruck zu verleihen dass zwei wochen nachdem ich die katze aus dem sack gelassen habe schon über 200 skatfreunde meinem ruf gefolgt sind und sich in der skatfreunde community eingefunden haben das ist einfach super krass das bedeutet dem team und mir sehr viel das gibt uns richtig motivation und rückenwind denn wir betreten hier schließlich einen stark umkämpften markt im mobile bereich kommen jeden tag hunderte apps dazu und das ist ja alles andere als selbstverständlich dass man aufmerksamkeit bekommt dass man in so einem frühen stadion schon das gefühl hat das könnte leute interessieren und dass ihr auch mit mir hier in den kontakt und in dialog treten wollt und so mithelfen wollt die app noch besser zu gestalten das ist einfach super klasse also vielen herzlichen dank an bisher 215 skatfreunde die hier die joker karte geklickt haben und an alle dies noch nicht getan haben es bedeutet uns wirklich viel und für euch ist es vielleicht nur ein kleiner klick aber für uns ein großer schritt und es kostet nichts und ihr bekommt ja auch was dafür denn wenn ihr diese joker karte klickt dann entblättert sich euch die schönheit des skatfreunde servers und unter anderem könnt ihr dann etwas mehr on the point mitlesen was ich hier regelmäßig zum fortschritt und zu unseren gedanken dazu poste ihr könnt aber auch in der community zum beispiel hier im bereich geplauder einfach mal mitbekommen welche fragen und gedanken haben andere skatfreunde dazu und diese frage hier möchte ich an der stelle direkt mal vorlesen und beantworten von master juck gestern abend gefragt was genau ist der usp deiner neuen app also das allein stellungsmerkmal und natürlich möchten wir in vielen bereichen einfach besser sein als die bestehenden angebote aber der usp ist eigentlich dass wir versuchen wollen eine skat app zu schaffen die egal auf welchem level du spielst und egal auch ob du schlechte karten hast oder gerade wenn du schlechte karten hast eben trotzdem spaß macht und motivierend ist und damit wollen wir dieses doch ziemlich brutale kartenspiel versuchen einer noch breiteren spielerschar quasi schmackhaft zu machen ja und da haben wir uns einiges für überlegt wie wir das hinbekommen und bleibt da gerne am ball ich mache auch ich wage das auch mal so eine kleine zielvorgabe zu machen es wäre doch super krass und cool wenn sagen wir mal zu ende oktober hier schon 500 leute mit dabei sind und ich quasi einer noch größeren schar darüber berichten kann so was also hat es hier mit dieser partie auf sich diese partie ein bisschen abgewandelt damit es noch interessanter ist aber fast identisch wurde bei mir am mittwoch in meiner trainingsrunde gespielt und da haben wir uns so eine trainingsübung ausgedacht wo einer mit offenen karten spielt online und alle anderen damit zugucken und nach jeder einzelnen karte einfach mal ihre gedanken nennen was bedeutet denn das eigentlich dass genau diese karte kommt was für informationen kann man daraus schon gewinnen was für rückschlüsse kann man ziehen und es ist wirklich ganz interessant dass wenn du drei spieler fragst du häufig mindestens zwei verschiedene ideen und aussagen hast und das hilft auch so ein bisschen eben wieder diesen perspektivwechsel zu trainieren was ziehen andere eigentlich aus den gespielten karten für einschluss aber starten wir doch mal mit der ersten frage wir sitzen mit diesem blatt in vorhand und wir hören aus mittelhand 18 und natürlich ist die erste frage sollen wir jetzt dieses spiel überhaupt reizen oder nicht und je nachdem in welchem lager man ist er bei den optimisten oder eher bei den realisten sage ich mal kann man da ja eine unterschiedliche einschätzung haben die optimisten sagen vielleicht hey fünf trumpf kreuzbube vorhand ass 10 dabei und eine farbe nicht reize ich immer den peak und die pessimisten oder realisten sagen vielleicht hey moment mal ich habe keinen trumpf vollen ich habe bei fünf trumpfen nur ein ass ich habe auch nicht zwei oder buben von oben oder drei buben und ich habe schon eine gegenreizung welche karten sollen hier mir eigentlich helfen das ding ist mir einfach zu heiß und ich habe dann diese partie auch mal eingegeben in den karten leger im 32 karten forum wenn ihr das noch nicht kennt auch mal ausprobieren allgemeine betrachtung und da wird aus einer einem großen fundus von gespielten partien eben ausgewertet wie so der tatsächliche ausgang und entsprechend die angenommene gewinnwahrscheinlichkeit für diese partie ist und was ihr da unten so ein seht in dem unteren bereich alles rot okay soll man also nicht reizen naja man kann es ein bisschen genauer betrachten kreuzherz oder karo wollten wir sowieso nicht spielen sondern peak und die chance den peak zu gewinnen ist immerhin bei 64,7 prozent und damit ergibt sich nur weil eben verlorene spiele doppelt zählen ein minimal negativer spielertrag das ist allerdings natürlich nicht so richtig berücksichtigt dass man es dem gegner natürlich auch sehr leicht macht wenn man den hier ein einfaches herz spiel spielen lässt und ja andererseits kann man auch sagen hey knapp 65 prozent siegschance ja da bin ich dabei ist vielleicht auch ein bisschen taktisch der situation geschuldet ob man das spiel reizen sollte oder nicht wir haben uns jedenfalls an der stelle entschlossen hier erstmal mitzureizen also 18 gehalten 20 gehalten und jetzt fängt mittelhand eben auch ein bisschen an zu überlegen und noch so ein rand aspekt ist ja dass einem häufig dann auch wenn man jetzt auf 22 passt hinterher so vorgeworfen wird ah du hast mich ja nur ein herz gehoben hebereizung und da schwingt dann immer so ein bisschen dieser moralische unterton bei und da würde ich euch einfach empfehlen legt den mal ein bisschen ab denn natürlich möchten wir hiermit kein einfaches herz sehen denn wenn es ist ja ganz plausibel dass mittelhand vielleicht ein einfaches herz hat und dann könnten wir trotzdem aber ein besseres teureres einfaches peak spielen aber in dem moment wo uns eben 22 gesagt wird ist klar dann dass der zug für uns abgefahren ist und dass ein besseres spiel draußen ist und genauso wäre es etwa wenn wir nicht in karo aszen lusche hätten sondern in herz aszen lusche und karo frei wären dann würden wir sicher auch die 18 halten um das einfache karo spiel rauszunehmen und wenn wir dann 20 hören werden würden wir vielleicht uns vernünftigerweise schon entschließen zu passen weil wir einfach feststellen offenbar ist ein teureres spiel draußen und dann müssen wir den peak auch nicht bis zum ende ausreizen trotzdem wäre es nicht eine einfach nur eine karo hebe sondern es wäre ein gereizter peak den wir aus diesem grund eben bei 20 gepasst hätten nun gut das war ein kleiner ausflug spieler überlegt bei 20 offensichtlich hat er wirklich mit dem gedanken gespielt ein einfaches herz zu spielen jetzt entschließt er sich nach einer gewissen überlegung weiter zu reizen und auf 22 haben wir dann gepasst hinterhand passt auch spieler schaut in den skat spieler drückt und sagt dann relativ schnell und überzeugt ein kreuz spiel an und ja jetzt haben wir ja wieder eine entscheidung zu treffen wie wollen wir das spiel eröffnen bitte mal eure meinungen abzugeben also ich denke es relativ logisch dass ich jetzt nicht auf irgendeinen queren wilden trumpfzug raus bin spieler ist ja schließlich in mittelhand sondern es geht hier um die entscheidung karo oder peak und wenn wir karo spielen dann ja sicher einen vollen da gibt es noch diese nuancen dann die das ass oder die 10 mit dem ass wird man vielleicht eher darauf wetten dass der auch einmal mit bedient wird mit der 10 wird man vielleicht eher darauf wetten dass der gestochen wird und außerdem dem partner noch eine extra information geben oder eben peak und bei peak wenn wir peak eröffnen ist nach meiner einschätzung die peak 7 auf jeden fall die stärkste karte es gibt sehr viele konstellationen wo die hier zwei zu zwei verteilt sind wo das ganz egal ist am ende ob man die 7 9 oder die dame spielt aber es gibt eben diese eine konstellation die man eigentlich sucht wo der allein spieler auf ass 10 lusche ass 10 8 oder ass könig 8 sitzt oder auch meinetwegen sogar 10 könig 8 auf jeden fall wenn er auf ass 10 8 oder als könig 8 sitzt wird am anfang selten mit der 8 schnippeln und dann kommt man in der ersten trumpfrunde wieder ran und steht dann mit neuen dame gegen zum beispiel 10 8 oder könig 8 oder sogar ass 8 und kann dann noch zum vorstich die dame ausspielen hat noch die 9 gegen die 8 deswegen ist die 7 jedenfalls besser als die 9 so und was haben wir denn hier natürlich gibt es auch diesen spruch wenn du vier trumpf hast sollst du von deinen eigenen vollen spielen und die begründung ist natürlich dass man häufig sonst im spielverlauf gar nicht die chance hat die vollen woanders unterzubringen jedenfalls schon mal nicht auf trumpfstichen des partners aber dieses argument fällt hier natürlich weg denn wir haben kein herz das heißt wir gehen ja wohl irgendwie schon ein bisschen davon aus dass der spieler kein karo hat und haben hätten dann eine gute chance die karo vollen auf herz unterzubringen entsprechend andere sagen auch ja aber mit vier trumpf will man ihn ja auch trumpf kurz machen aber dieses argument ist eben bei farbspielen auch nicht so ganz zu ende gedacht je weiter man ist in der analyse des spiels desto eher weiß man dass bei farbspielen das tempo gar nicht so entscheidend ist dafür sind einfach zu viele trümpfe unterwegs und es häufiger im endspiel oft auf die stellung ankommt und da ist es gar nicht so schlau wenn man es dem alleinspieler erlaubt sich trumpf kürzer und damit in trumpf gleichstand zu stechen also aus all diesen betrachtungen heraus bin ich letztlich zum schluss gekommen okay beides mag vielleicht möglich sein und gar nicht ganz schwarz oder weiß zu betrachten sein aber ich halte die pik lusche doch noch für ein wenig stärker als ein karo voll ist also gesagt getan pik lusche auf dem tisch allein spieler das ass vom partner kam die acht so das gibt jetzt natürlich noch nicht so viel information an der stelle ein könig oder die zehn hinten hätte vielleicht schon ein bisschen mehr verraten aber gut wir wissen natürlich pik ass ist beim alleinspieler so viel ist dann klar es kommt der erste trumpf trump lusche trumpf ass und an der stelle von uns wieder eine entscheidung zu treffen erstmal übernehmen vielleicht sogar oder unterbleiben ich höre durchaus dass der eine oder andere sagt ja bring den spieler in mittelhand aber ich denke das ist hier keine gute idee denn der trumpfstich den wir im zweifel dadurch aus aufgeben ist eben doch ein bisschen zu wertvoll und unser partner hat ja jetzt schon die pik eröffnung gesehen wenn er noch ein pik hat dann kann er den pik auch selber weiterspielen wenn er jetzt keinen pik mehr hätte und noch genau einen trumpf dann wäre übernehmen möglicherweise schlauer aber wir sind natürlich dann ja nichtsdestotrotz glaube ich unterbleiben ist besser und ich denke der könig macht hier auch ein bisschen mehr sinn der wird sonst manchmal im endspiel eben auch eine beute des alleinspielers und mit der trumpf acht werden wir wahrscheinlich trotzdem die wahl haben letztlich herz einzustechen also das tempo wird werden wir wahrscheinlich an dieser stelle nicht verlieren 15 augen also wie ging es weiter pik könig von unserem partner okay das ist leicht sehr wahrscheinlich spielt er einfach die farbe zurück und die pik 10 ist beim alleinspieler wenn nicht dann sehen wir es rechtzeitig genug aber es ist genau wie erwartet also pik erst um 10 beim alleinspieler und jetzt lag folgender stich trumpf lusche caro bube ja und da denke ich sind die schlussfolgerung recht eindeutig es ist ein fünf trümpfer das ist jetzt bewiesen es ist eben auch sehr unwahrscheinlich dass unser partner noch ein buben hat alleine schon wegen dieses tels dass der alleinspieler überlegt hat nach der zwanziger reizung also offensichtlich hat er ein einfaches spiel und hat dann überlegt ob er in den skat schaut oder ob er herz aus der hand spielt von daher logisch dass der alleinspieler jetzt noch pik du bubetrumpf 10 und dame hat und es stellt sich natürlich erneut die frage tauchen oder übernehmen und an der stelle sind bin ich oder sind wir zumindest zum anderen ergebnis gekommen beim unterbleiben ist einfach die gefahr zu groß dass unser partner jetzt herz anfasst und das wäre natürlich nicht besonders gut und er müsste schon diese zwanziger reizung beziehungsweise 20 gehalten auf 22 gepasst entsprechend richtig interpretieren dass wir dann eher nicht herz sehen wollen das kann natürlich gelingen aber das risiko ist uns ein bisschen zu groß und in dem moment haben wir auch nicht mehr das gefühl dass wir einen trumpfstich verschenken würden denn im nächsten stich werden wir sehr wahrscheinlich ja den alleinspieler zum stechen bringen dann hat er auch nur noch zwei trümpfe und kann es sich dann mutmaßlich gar nicht mehr erlauben trumpf rauszuspielen weil er dann eben zu kurz kommt also wir haben hier übernommen und nächste überlegung jetzt ein karo vollen oder die pik dame wir haben uns überlegt sehr wahrscheinlich wird die pik dame für den alleinspieler reichen und es mag endspiele geben wo es dann eben auch wirklich wichtig ist karo ass und zehn auf herzstiche unseres partners zu versenken wenn der alleinspieler jetzt tatsächlich pik dame nicht sticht dann hat er vielleicht in dem moment einen sehr guten riecher bewiesen aber er kann ja noch nicht 100 prozent wissen dass wir wirklich beide karo vollen haben also pik dame angeboten wie erwartet wurde mit der trumpf 10 gestochen und unser partner hat erfreulicherweise sich hier auch von karo gelöst oder sollte das idealerweise wenn er die reizung jetzt schon richtig interpretiert und jetzt deck ich einfach an der stelle mal die karte auf das ist wirklich sehr interessant der alleinspieler hatte ein hat den fünf trümpfer wie wir ja schon wissen und er hat an der seite pik ass und 10 und herz ass 10 dame 8 gehabt plus karo dame und weil er nur in mittelhand diese fünf trümpfe hat und sich gedacht hat herz ass 10 bekomme ich diese viererlänge nie komplett durch hat er die herz 10 mit runter gedrückt herz 10 und karo dame und das ist was was mir ja auch denke ich mit der verteilung sehr gut hätte passieren können und unser partner hatte entsprechend eben die wirklich die schwere aufgabe aus herz könig zu dritt und karo könig zu dritt sich richtig zu entscheiden fairerweise muss man sagen weil der alleinspieler diese 13 augen gedrückt hat pik ass und 10 schon durchbekommen hat und eben auch die kreuz 10 verstochen hat kann er jetzt eigentlich trumpf weiterspielen wenn er jetzt trumpf weiter spielt dann erzwingt er es noch einen vollen zu bekommen entweder eben das herz ass oder eben er kann zum zurückstechen auf ein karo volles warten oder noch an ja und genau das hat er aber nicht gemacht aber ich glaube dass das ein fehler ist der sehr vielen spielern passieren kann spieler steht jetzt eben knapp über 50 und zieht jetzt einfach sein herz ass und damit war es jetzt halt angerichtet dass wir hier wirklich eine sehr interessante das entspielmotiv wieder auf dem tisch hatten partner die herz 7 und was müssen wir jetzt eben tun stellt euch entweder noch mal vor dass ihr die extra information noch nicht habt oder versucht es so zu ermitteln wie ist das herz ass jetzt hier zu behandeln ja ich habe natürlich jetzt schon ein bisschen was verraten ist mir schon klar es gibt auch eine entsprechende strategie trainer übung die ein ähnliches motiv beleuchtet aber auch mit verdeckten karten ist wohl schon klar dass wir den vollen an sich hier nicht mehr laufen lassen dürfen der alleinspieler hat wohl schon zu viel und ja auch wenn wir da jetzt die karo achten abwerfen dann kann im zweifel immer noch trumpf kommen und dann haben wir damit noch nicht mal eben garantiert dass dann bei der karo vollen durchgehen also wir müssen schon stechen aber die der clou ist jetzt natürlich nicht einfach mit der trump 8 zu stechen denn danach müssen wir dann noch einen karo vollen anbieten oder verlieren so oder so noch einen karo vollen der clou ist jetzt mit dem kreuz buben zu stechen und einfach noch mal vorgezählt wir haben ja noch nicht so unfassbar viel augen wir hatten hier gerade mal 19 augen liegen das heißt wir kommen jetzt mit dem ein stich kreuz buben auf 32 und jetzt kann man natürlich auch sagen hey moment mal ein stich kreuz lusche und dann erstmal den buben ziehen kriegen wir schließlich auch den piek buben und den karo könig müsste doch immer für uns reichen wir brauchen ja sowieso danach noch einen herz 10 stich mit dem bild und dem karo vollen das reicht dann auch aber mit dieser überlegung decken wir eben tatsächlich den aktuellen fallen nicht ab dass die ein herz voller gedrückt ist und deswegen gefällt mir jetzt dieses dieses endspiel so gut weil wir eben mit dem einstich genau auf 32 kommen jetzt trumpf zurückspielen konnten können und dann senkt sich tatsächlich aus dieser ausgangsverteilung das bei genau auf 60 und natürlich kann sich der allein spiel in diesem moment auch noch in den arsch beißen dass er jetzt die herz 10 gedrückt hat denn so sieht jetzt das endspiel aus wenn natürlich unser partner auch noch hellwach ist wenn der versteht was hier gerade passiert aber an der jetzt vorgespielten herz 9 ist ist zumindest der verdacht nicht abwegig und im sieg sinne sollte jetzt genau diese zufolge passieren herz könig herz 10 herz dame und damit sind es dann 60 augen also alles eine ganze menge was da in der partie drin steckt von der abwägung des reizens über verschiedene entscheidungen trumpf übernehmen oder nicht in vollen spielen oder die andere farbe und wenn sich dann da tatsächlich so ein verlauf ergibt wo dann so ein endspiel plötzlich liegt und auf 60 geht dann hat man natürlich richtig spaß gehabt es gibt natürlich auch bin ich völlig mit einverstanden andere plausible spielverläufe die dann eben nicht zu so einer interessanten motiv führen und trotzdem irgendwie keiner richtig was falsch gemacht hat aber es war mal wieder so ein schmankerl wo ich dachte hey das möchte ich euch gerne mal in der ganz ausführlichen variante zeigen und im übrigen euch ermuntern wenn ihr auch in so einer trainingsrunde seid versucht doch mal dieses spiel nach jeder karte dürfen alle mal überlegen was da gerade passiert das macht richtig laune ja dann würde ich sagen an der stelle ist soll es das gewesen sein danke fürs zuschauen wünsche euch ein super geiles wochenende ich schaue natürlich wieder die tage auf die joker karte im discord mal gucken wer von euch mir hier noch eine freude macht und an der stelle bleibt mir nichts anderes zu sagen als wie immer gut blöd